Ja, hallo, hier ist Gordon und ich melde mich live aus Bangkok. Frohe Weihnachten euch allen. Heute ist Samstag, der 25. Dezember und eigentlich wollte ich nur ganz schnell Bangkok verlassen. Zurück ans Meer, zurück Richtung Pattaya. Dann habe ich das hier gesehen. Das Eravahnmuseum. Der König ist auch dort. Aber der wirkliche Grund, warum ich eine Vollbremsung eingelegt habe, um mir das genauer anzuschauen, ist der große dreiköpfige Yefant. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Stanley, open the door, I've got a car. Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, you captured, just let it slip, yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already.